Willkommen zurück in der virtuellen Realität. Mein Name ist Thomas und ihr schaut Voodoo.de.vr. Weiter geht's mit dem Gameplay von Half-Life Alyx. Wir sehen die nächste Episode meines Let's Plays und wir werden in der Geschichte weiter voranschreiten und neue Sachen erleben. Bei mir gibt's alles zum Thema Virtual und Augmented Reality. Danke an meine Sponsoren Woodgurs VR, Oppermann Events, Nursing Skills, Andi, die Felser VR, Ambassador and Alpha Blend Interactive. Viel Spaß mit Half-Life Alyx und los geht's! Voodoo.de So, Leute, willkommen zurück zu Half-Life Alyx. Wir sind, glaube ich, immer noch im fünften Kapitel und ja, wir sind gerade von da oben runtergefallen und jetzt geht's hier weiter. Oh, ja, guck mal, jetzt sind wir da, wo der Strom generiert wird. Aber erst mal Machen wir das Ding hier auf. Oh nein, drei! Jetzt sind's schon drei. Mein Gott. Fiese Minispielchen. Ja, ich denke, das können wir gebrauchen. Dim, 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 dim. Oh, wie ich diesen Anblick liebe. Können wir da hin? Nö. Ziem, halt, zieht der die Energie irgendwie von, von der Sonne oder wo geht dieser Strahl hin? All right. Here it is. Now, just snip those cables and off we go. Geil. Dat ist mal ne Ansage. Ist das cool. Oh, kacke, Mann. Scheiße. Äh, wie soll dat denn gehen? Ich muss mir die alle einzeln durchprobieren. Okay, der macht das schon mal auf. Ich baller da einfach drauf. Haha. Geilo. Oh. 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 Und tschüss. Sieht das geil aus. Tja. Da haben wir wohl ein bisschen verloren, ne? An Energie. Was ist das denn hier alles? Das ist verrückt. Was sollen wir machen? Was sollen wir jetzt machen? Ich hab dem nicht zugehört. Wir können hier sowieso nirgendwo hin. Ja, zurück, ne? Oder wie? Hä? Was müssen wir machen? Was müssen wir machen? Sieht das. äh, hi krass, die benutzen die für die Energie yes, das stimmt was macht er? was macht er? we have to stop them from killing your friends voragand will extract ourselves and exact our own vengeance oh you must go to the weapon i can't get into the vault if the substations are still online do not worry they will not be what not allow it i will clear the path not good cool cool wo ist er hin? hallo und runter geht's hmm oh jetzt wird's wahrscheinlich unangenehm die haben doch bestimmt gemerkt dass wir das hier kaputt gemacht haben und jetzt? es war klar es war so klar jetzt steppt der krasse Bär du Spacko oh oh ja oh ja die nehm ich wo ist er? oh nein oh nein zwei oh oh kacke fuck fuck wo ist dieses blöde Fliegvieh der hat's überlebt oh nein oh oh hat er es gemacht? Hast du nicht ein bisschen Munition dabei, du Arsch? Oh nein Die würde ich mir eigentlich lieber aufheben Ja, ja Wo schießt du denn hin, die Junge? Wunderbar Als ob ich Mann, wieso kann man nur so wenig von diesen Dingern mitnehmen? So, haben wir doch noch ein bisschen Munition, ne? Können die ja mal so in der Hand mitnehmen? Da geht's hoch, oder? Denk mal schon Hier Oh, yes Oh Hä? Junge, krass Ah, der geht hier Der geht hier Ach, hau da mal ab da Scheiß Ding Hä, hier ist so ein Hier ist noch so ein Teil, aber wo ist die Maschine dafür? Habt ihr die? Ah, hier, okay Das geben wir uns jetzt nochmal Geiles Teil So Jetzt können wir ja auch die andere Waffe aufwerten, ne? So, hier die Mal gucken Reflexvisier Laservisier Erweitertes Magazin Natürlich auch geil, ne? Aber wir gucken nochmal die anderen Kugelbehälter Was, was heißt das? Fügt ein Behälter, der Zehn zusätzliche Kugeln hält Ist natürlich auch geil Granatwerfer Fügt ja so direkt nach dem ersten Zum schnellen Laden der Flinte Das ist aber geil Mit den Granaten Den nehm ich Oh yeah Dann können wir die Granaten nämlich speziell Geilo Drücke den Griff Da vorne Und Granatwerfer Scharf zu machen Oder drücke den Trigger Um nochmal Um nochmal Geil Drücke den Trigger Um eine Granate Abzuwerfen Äh Achso Ich musste hier vorne dran machen Dann, okay Gut Verrückt Geil gemacht So Ach guck mal Ist nicht wahr Oh nein Ich hab nie in die Waschmaschinen reingeguckt Mist Haben wir bestimmt Sachen vergessen Naja Naja Äh Ich glaub wir müssen hier gar nicht lang Oder Doch Oh man Da sind überall diese Viecher Wie kann ich denn eigentlich Ha Den brauchen wir jetzt nicht für den Lappen Oh Oh Tschüss Oh Nee Ey Komm Fuck Oh shit Der hat's überlebt Der hat nichts für mich dabei Gar nichts Du Arsch Der auch nicht Granate immerhin Ne Ja Ja Okay Alles durchsuchen Ist immer eine gute Idee Haben wir ja mittlerweile rausgefunden Okay Da scheint's weiter zu gehen Aber Ihr seht Hier lohnt sich's auch wieder Weil ohne das Hätten wir jetzt nämlich nicht den coolen Granatwerfer So sieht's aus Wer schließt denn die Mülltonnen ab Da ist eine Lasermine Da müssen wir sicherlich sehr sehr vorsichtig sein Wunderbar Hat sich auch wieder gelohnt Hey cool Okay Kann ich die jetzt auch mitnehmen Schade Och nein Sorry Oh Das war so nicht gedacht Oh nein Unnötig Schuss verschwenden Da tut's einem immer weh Was ist das denn Warum dreht sich das Kann ja nicht gesund sein Schade Oh Huh Hä Ah, okay. Oh. Uh. Ah. 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 Wie schön er mir auch anzei- Ja, ich würd sagen dann Machen wir das so Oh oh Fuck Ihr Trottel, man steht nicht neben So Fässern rum Das kennt man doch schon von früher Ist das geil hier rum zu laufen, das macht richtig Bock Fuck So Oh oh Das klingt nicht gut Das ist nicht gut Dass die unseren Namen rufen Gar nicht gut Aber gut, wir sind ja Ganz gut vorbereitet Hoffe ich Oh kacke Mann Oh jetzt muss man sich sogar beeilen Habt ihr das gesehen Da ist jetzt so ein komisches Ding Hm 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 Oh 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 Hä? Hä? Wie kommt die denn jetzt her? Gerade eben waren die doch gar nicht da. Wir gehen einfach. Okay, wir gehen doch nicht einfach. Hier waren doch Schuss für... Ah ja, hier. Oh, ich hab da keinen Bock drauf. Gib mir mal eine Minute. Oh... 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 Geht denn hier ab? Scheiße Puh Uaah Wundervoll Keine Munition Nichts Schwein Da macht es schon wieder Irgendwas macht hier schon wieder Geräusche Und die sind nicht geil Oh ja Ne die können wir direkt Ah da ist schon eine dran Gut zu wissen Oh ja Hä der hat die schon wieder nicht alle eingesammelt Oder? Das Gefühl dass der die manchmal irgendwo anders hinschmeißt Komisches Ding So Kommt der denn her? Hat sich gelohnt Auch wenn wir die zwei Schoße jetzt verschwendet haben Wir haben dadurch ja jetzt Mehrere bekommen So Das ist natürlich alles Mit dem Kabel hier immer nervig Aber das kennt er ja Was macht hier so Geräusche? Das sind alles sehr sehr merkwürdige Sachen und Geräusche hier Hä Kurz abspeichern Ja Siehst du Sonst wären wir vielleicht da jetzt reingerast Theoretisch können wir doch da irgendwas reinschmeißen oder? Haben wir hier irgendwas? Ist ja egal was Hier die Dose reicht ja schon Ha Ha Hier Nichts drin Ist immer die Frage ob hier irgendwo was hinten dran ist Das kann man natürlich Ein bisschen unermessliche treiben Hier zum Beispiel Unser Vater ist wieder da Unser Vater ist wieder da Hallo Wir brauchen es heute Abend Wir werden Du hast noch den Datapod, nicht wahr? Ich mache Das ist die Dose Ich brauche die Dose Ich brauche die Dose Ja Es ist genau da oben Ok Du bist gut, honey? Für mich Du gehst Ich werde das gut Ich versuche Ich versuche Ich versuche die Dose Ich versuche die Dose Ich versuche die Dose Ich versuche die Dose Falsche Richtung Wo müssen wir hin? Offensichtlich ja hier runter Loading Loading, 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 Loading Puh Läuft, oder? Ich meine Wettrüsten Wettrüsten Ich mache mal lieber ein Save Man weiß ja nie so genau Was da passiert Schon wieder so ein Ding Ich glaube So viel Zeug haben wir jetzt im Moment gar nicht Um das nochmal zu machen Aber wir können ja mal Wie viel haben wir denn? 13 Damit können wir aber nichts machen Ich mache das trotzdem mal an Hm Ach da Das wird schon immer schwieriger hier Der Kollege Ah hier Da Da können wir nichts machen Da auch nicht Da auch nicht Ich habe es mir schon fast gedacht Den können wir nicht da rein tun Ne Ok, tschüss Können wir da runter? Ok, wir sind tot wenn wir da runter gehen Oh kacke da unten Der ist ein Combine Der ist ein Combine Wie kommen wir denn da rein? Wie kommen wir denn da rein? Wie kommen wir denn da rein? Scheiße Hm Hm Oh nein Hm Hm Der haut wieder ab Ne Geht nicht, wir sind dann tot Children Das ist das noch nicht cuando es wurde Geht nicht und aber Wir sind nicht weil wir sind das Wir sind nicht sondern Aha, guck mal. Wir haben's. Mann, was ist denn mit der blöden Tür? Was will er denn jetzt hier? Okay, da ist schon mal so ein Vieh, das ist schon mal nicht gut. Wir müssen irgendwas hier machen, denk ich mal. Gut. Da ist ein blöden Fässer. Okay. Oh Mann. Moment, bevor wir da rausgehen. Irgendwas haben wir doch sicherlich verpasst. Hä? Hm, keine Ahnung. Dann gehen wir halt da raus. Boah. Guck mal. Ach du Scheiße. Ich wette, da müssen wir runter. Das wird lustig. So. Ah, okay. Speichern. Oh, guck mal. D-d-d-d-d-d-d-d-d. Ob das so gewollt ist? Irgendjemand ballert da. Oh, kacke. Haben die gerade... War das ein Mensch, den die gerade erschossen haben? Hat der mich gesehen? Ich glaube schon. Ah, guck mal. Hier können wir was durchwerfen. Ich muss gerade gucken, wo der steht. Da unten. Hä? Ist der jetzt kaputt? Da können wir nicht durch. Okay, dann. Okay. Mal gucken, ob da irgendwas ist. Sieht man nicht so aus. Immer so die Umgebung beobachten. Zu gucken, wo man Munition sparen kann. Kacke. Oh. Alter, irre oder was? Hat der das ausgehalten? Okay. Okay. Da ist noch einer. Okay. Okay. Wie komme ich denn da hin? Ah, von außen irgendwie. Okay, there's no direct path from where you are to the vault, so you're gonna have to snake your way there. Well, it's huge, so it shouldn't be hard to know which way I'm going. I don't understand what they're doing with it here. If this weapon is so powerful, why keep it locked up in a dump like this? My guess is they're trying to find- Okay, there's no direct path from where you are to the vault, so you're gonna have to snake your way there. Well, it's huge, so it shouldn't be hard to kill it. I don't understand what they're doing with it here. If this weapon is so powerful, why keep it locked up in a dump like this? My guess is they're trying to find a way to ship it off Earth. Back to their hoes or some other planet. Why not use it here? They already won this war, Alex. I had to hope that I both... Naja. ... Krass. Das ist ja verrückt. Das könnte ein bisschen dauern. Ja und ja. Ey. Wunderbar. Ne, ich dachte das wäre was feines. Dafür waren die drei Schoß. Oh, was will er? Wow. Ganz großes Kino. Und das war es schon wieder mit unserem Shotgun-Schuss. Den nehmen wir mal mit, richtig? Oh, das war knapp. Oh, kacke. Oh, kacke. Herrje. Trottel. Zu viel Schuss verschwendet. Nicht gut. Oh nein. Kann man da drauf ausschießen? Ich glaube schon, ne? Ja, vielleicht sollte ich das nächste Mal ein bisschen weiter weg gehen. Oh, Junge. Wuhu. Hier geht's nicht weiter. Aber wo geht's dann weiter? Oh. Hier. Hier geht's weiter. Danke Nichts für mich drin? Ah Oh ja Kacke Ah ja Und jetzt? Hä? Hm Ah hier Der war auch leer Dankeschön Wuhu Wuhu Hm Ich versuche immer Möglichkeiten um nicht die ganzen Schuss zu verschwenden Ist aber schwierig ne So Oh nein Das wird lustig hier Das wird lustig Jetzt kommen die ganzen Combines auf so großer Fläche Ja ist doch immer Das ist alles sehr Normal Oh guck Ah komm die kann ich so metzeln Hier bräuchte ich ein Laservisier Das habe ich verkackt Na komm So So Oh wir haben ja sogar Noch ein paar wieder Shotgun ist für mich die geilste bis jetzt Die macht wieder irgendwas komische Geräusche Hier ist nix ne Hier ist nix ne Oh Oh Jetzt haben wir aber ein paar ne Jetzt haben wir schon fast zu viele Ah Moment Den können wir direkt benutzen Den können wir direkt benutzen Was ist das nur für ein Geräusch Da waren wir gerade Da waren wir gerade Oh was soll's Jetzt haben wir aber ganz schön viele Granaten Die wir auch jetzt gebrauchen können Die wir auch jetzt gebrauchen können Also Liegt hier irgendwo noch eine Ich glaube nicht Ja Moment Moment Schüssi Keiner hat was dabei? Außer dieses Ding schon wieder? So. Oh no. Wow, das sieht nicht gut aus für uns. Komm, gib mal her, das Ding hier. Ich will nicht auf diesen Platz da, das ist nicht gut, wenn wir da hingehen. Ah, ha, ha. Komm. Ist zu. Ich höre was. Können wir nicht hier... Oh man. Ich will da lieber was hinwerfen. Ich habe keinen Bock auf diese Scheiß-Entschärfdinger. Aber... Wie machen wir das? Wir müssen das wohl machen. Ah, ätzend. Abspeichern. Na, was sage ich? Gut, dass wir abgespeichert haben. Oder, Leute, wir haben jetzt schon eine Stunde gezockt, ne? Ich würde sagen, das ist doch auch schon mal gut jetzt wieder. Ich denke mal, so eine Stunde ist schon das Maximum, was man so pro Folge... Ich habe ja sonst immer nur 20 Minuten. Aber es ist so geil, das Spiel. Also, Leute, abonniert mich, wenn ihr das noch nicht getan habt. Supportet mich, wenn ihr VR mit mir verbreiten wollt. Dann kriegt ihr auch hinter den Kulissen Videos. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge von Half-Life Alyx. Haut rein. Ciao. Ciao.